und damit willkommen zurück zu einer neuen folge wir sind angekommen um mit tessa zu sprechen ich habe jetzt gerade bei dem anschauen der das anfangs anfangs sequenz gerade überlegt wie sie denn noch mal hieß weil ich hab's vergessen aber sie ist es schön dass sie es noch mal erwähnt haben kann ich hier irgendwas angucken deswegen ist wenn die wie die weg hier darauf angespielt ich nehme an ich kann nicht darüber gehen ja natürlich kann ich nicht darüber gehen warum auch ich nehme mal an wir müssen zu ihm das ist die Annoying Coworker die ich erzählte dir ich war da für deine introduktion auf Marshmallow Vodka und Wein coolers und ich habe nur gearbeitet meine Weg zu Annoying Coworker rühe keine Angst, sie hat mich genau wie miserable sie hätte in dieser Stadt ohne dich es so gut zu endlich treffen dich die Tyler talk geht 24-7 so ich fühle mich schon wie ich schon weiß so uh, ihr hier zu holen für die homestead oder? ja, wir entschieden es wäre easiest wenn wir einfach nur da draußen Äh, vielleicht ziehen wir zusammen. Er wird auch umziehen. Toll, jetzt habe ich nur auf ihn geachtet, aber nicht auf die Unterhaltung. Oh, äh, Michael ist moving to Juno 2. Oh, und haben Sie zusammengegangen? Ich meine, ja. Es wird günstiger sein, aber nichts ist in Ordnung. Macht Sinn. Da könnte man room für Sie, auch. Ja, sicher. Die mehr Ronen ist, die merrier. Ich studiere zu sein Chef, also weiß man es gut zu essen. Und hey, ich nur schnöre während der Allergy-Season. Und Baseball. Wie kann ich sagen, dass das? Du okay? Ich bin auf meine Füße, Frau. Ich bin auf vier Uhr zu füllen, bevor ich arbeite. Es ist schon ein Tag. Oh, Sie lieben zu füllen? Ja, es gibt einen Ort, der Buzzerd Hole, ich gehe zu mindestens zwei Wochen. Es ist wie eine Stunde, aber es ist so chill. Besonders erstens in der Früh. Shut up, ich bin da immer da immer. Für real? Ja. Hey, wenn du willst, irgendwann mal zu gehen, holl an mich. Ich mache mich nicht, Sharon. Cool, die meisten Leute, ich weiß, sind alle Smeagol über ihre Fischungspots. Oh, look at dich, auch. Bühne über die langweilige und langweilige Art zu töten. Okay, okay. Warum rennen die immer, wenn sie draußen sind? Da liegt eine Box. Okay, da ist irgendjemand für den Präsident, der kein Präsident sein sollte. Und wir ziehen anscheinend Michael zusammen und mit Tyler. Oh. 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 Oh, man, da ist die Karte hier. Oh, aber wie gut ist die. Ah! Oh, gepackene Bananenrollen, im Ernst. Ich habe gerade so Hunger. Huch, das ist vielleicht eine Runde. Oh, da ist noch Spielzeug drin. Weil wir können so an sich nichts weiter angucken, ne? Ne. Wo ist er denn? Ach, da hinten. Naja. Hat nicht so gut geklappt mit diesem Erschrecken. Also nur fürs Personal. Hier ist nichts mehr. Ach, jetzt gehe ich wieder normal. Das ist schön. Draußen bin ich irgendwie dazu gezwungen zu rennen. Sollte ich mir auch für mein echtes Leben abgucken? Vielleicht wäre ich dann ein Stück weit sportlicher. Äh, um zu gucken, ob hier irgendwo noch irgendwas ist. Siehste, da kann man nämlich was lesen. Petition unterschreiben, Lachswanderung erhalten. Stoppt den Bau der Fangstation am fallenden Creek. Okay. Äh, Dallas Crossing Police Department Logo Fahndungshinweis. In der Sitzung kam es zu einer Reihe von Fällen von Postdiebstahl in und um Dallas Crossing. Insbesondere in East Point und Almeda haben Anwohner gemeldet, dass Briefe und Pakete aus ihren Briefkästen gestohlen wurden. Der Stilus Crossing Police Department fordert alle Anwohner auf, wachsam zu sein und rät zur Anschaffung absperrbare Briefkästen. Bitte wählen Sie verdächtiges Verhalten unverzüglich. Hinweise zu potenziellen Verdächtigen bitte an Chief Brunter. Ja, ja, ja. Warum glaubt man eigentlich fremde Post? Was erhofft man sich davon? Wenn ich mir so anschaue, weiß ich mir vor allem auch Briefe. Was erhoffe ich mir davon? Dass ich eine Rechnung von jemand anderem habe? Also wenn ich mir vorstelle, weiß ich mir so als Pech. Ich habe mir letztens ein Buch über Psychologie bestellt. Was denken die, dass man sich hier jetzt mal bestellt? Drei Kilo Gold? Ja, ja, jetzt, Taylor. Du bist extrem ungeduldig, mein Freund. Ist ja schrecklich. Okay. So, okay. Oh, guten Tag. Oh, guten Tag. Tyler. What a pleasant surprise. Didn't Allison tell you I'd be by today? Yes, I think she did. I just didn't expect to see such a dapper young man. Hm. Well, I did shower this morning. Did you just get back into town or? More or less. We've been working out at the old house. But surprise, surprise. After 10 years of sitting empty, it was missing a few things. Hence the supply run. Ah, right. Well, we'll get you set right up. It must be nice to be home. Uh, I'm not sure nice is the word for it. Oh, of course. I assume being there feels complicated. That's one way to describe it. Well, don't let me keep you any longer. I'll be here if you need anything. Oh, hey, is Tessa around today? Uh, the wife's not in at the moment. I'm sure she'll be around later though. Okay. So we need candles and an all purpose cleaner. Plus snacks and drinks. I'm starving. Okay, also das heißt, wir gucken uns hier weiter um, bis Tessa kommt. Damit wir uns mit ihr unterhalten können. The 12 king is still here. Achso, wir können ihn nur angucken. Ich mag so Sachen irgendwie. Nicht, die sind mir zu holzig. Keine Ahnung. Frag mich nicht warum. Aber ich mag Holzsachen nicht so gerne. Also die Holzsachen, die aussehen wie Holzsachen. Ähm. Ah, nehm die billigen. Okay. Wenn du so sagst. Okay. Oh, ein Siegel. Willst du mich etwas Burt-Syrup für dich holen? Es hat einen roundabouten Weg, um mich zu fragen, um dich zu meinen weltfamten Pancakes zu machen. Oh, Busted. Noch nie so ein Siegel probiert. Oh, und Ham. Wie können die Leute das essen? Und Leute ohne Geld ganz schön, ganz schön verwöhnt. Ach. Snob much? It's not that bad. Weren't you the picky eater, when we were kids? Hey Tyler. Candy or chips? You know, I got a sweet tooth, sis. 30 bucks for a bottle of birch syrup. Ah, das ist 30 mal so viel für eine Flasche. Es lohnt sich. Das ist Sirup. Hallo? Okay, ähm. Guck mal hier, ist der gute Armplätze. Äh, haben wir ein Handy vergessen? Hätte ich auch was anderes nehmen können? Ich bin mir gerade unsicher. Hey Tom, wann hast du das neue Kalifornienplatte bekommen? So macht man Geschäfte in einer kleinen Stadt. Oh mein Gott. Hey Tyler, remember the Trout King? Yeah, I saw it. I thought Tom might have retired him by now. Are you kidding? He never misses a chance to tell customers he won a Trout Derby. It was a 12 pounder. Der ist ein bisschen gruselig. Möchte ich mal kurz anmerken. Ach, hi. Ach stimmt, wir brauchen noch einen Altsweckreiniger, ne? Ja. Ja. Nett. Äh, auf jeden Fall Bio. Kurz mal in die rechte Hosentasche gesteckt. Ich habe Hunger. Wir nehmen Wasser. Wasser. Wasser ist gesund. Ne, ich habe hier noch was. Wir können hier noch was angucken. Dallas Dulles... Falscher Knopf. Die Dallas Dull Kids Live. Gratiskonzert. Katholische Halloween Feier. Freitag, 30. Oktober. Tada. Ist ja in Ordnung. Äh, nein, jetzt habe ich es... Kack, jetzt habe ich alles verlassen. Äh, da. Krass, die Rolle des Rudolfo in La Boheme. Männlich, 21 bis 31 Jahre. Sportlich, elegant und temperamentvoll. Ethnie und Herkunft egal. Gesangstalent erforderlich. Ja. Hm. Ich sollte ihre Info darin schreiben, für nach dem Weg. Junos Shawbreakers Frischfleisch Bootcamp. Du interessierst dich für Rollerderby? Melde dich an. Von Anfänger bis Profi sind alle willkommen. Okay. Was ist ein Frischfleisch Derby? What? Okay, was ist... Achso, nee, das ist die Dinge, weil wir zahlen wollen. Ich habe mit Michael noch nicht geredet. Kann ich mit Michael noch reden? Ja, ich kann mit Michael reden. Ich warte nur auf Tyler, ja, ja, Tyler wartet auf uns. Ja. Ich weiß nicht, wie es ist. Die shelves heute sind, aber sie sind total total mess. Are you coming for me, Ronan? Do I have to remind you of the great spreadsheet disaster of 2014, huh? Wir reden nicht über das. Ich habe nur ein klein funktioner Fehler gemacht, die ich in der Storik saß. Ich habe in der Storfer almost ordering $10,000 worth of tampons. Haha, du wirklich sauberst mein ass wenn du caught das. Ja. Und du still owe mich für es. Wie war dein Leben? Äh, ist doch blöd, dort hin zurück zu gehen. Wir haben etwas gefunden. Auf was wird er denn raus? Auf das alte Haus? Es geht nichts an, was wir gefunden haben. Ich glaube, die wollte ihm jetzt von der Buche zählen, könnte es sein. Weil das hat sich zumindest so angehört. So irgendwie, oder vielleicht einfach nur, dass wir etwas gefunden haben, das uns aufgewühlt hat oder so. Eventuell. Was ist der? Äh. Oh Gott. Hm. Ja, dazu sag ich mal nix, dass es totaler Schwachsinn ist, aber okay, es ist halt Amerika. Will that be all? Yes. Thank you, Tom. Oh, hi, Tessa. We were just meaning to come talk to you. Hi, Tessa. Long time no see. My God, you look like a completely different person. It's me. Plus beard. Yes. So we were out at the old house today. Heavens, why would you go there? Surprise, it's even still standing. We found some stuff in Mary Ann's room that took us by surprise. Oh, really? We want to ask you some questions about her. You're the only person who might have known Mary Ann better than us. I don't know about that. It's been a decade, kids. I know, but I need to ask. What is it? Did she ever talk about me being a boy? No. It never came up. I found out much later, just like everybody else. Mary Ann was obviously concerned. She really didn't confide in you at all? Your mother was intensely private. She didn't need anyone else, and she made that clear. But this was about Tyler. She was always willing to ask for help when it came to us. Not at the end. Look, I have a lot on my plate today. I'm sorry. My advice to you would be to try to move on. It's not that easy. What happened that night? You can't understand something like that, but it was God's plan. That's all we can know. I need to go now. Best of luck to you, truly. What the hell was that? I told you she wouldn't talk. It's like she's got CIA training. Something's weird here. It's weird, right? Yeah, I feel it too. It's like something's on the tip of my tongue. Okay, irgendwas ist komisch hier. Und wir müssen uns wahrscheinlich... Entschuldigung. ...rausfinden, was komisch ist. Wahrscheinlich haben wir wieder eine Erinnerung. Wahrscheinlich werden wir hier nachgehen müssen. Da ist wieder der Sirup. Ah ja, siehst du, siehst du? Da hinten britzelt's. Da. Hey guys, you all done yet? Yeah, Mom. Can we go outside while you and Tessa play cards? I'm afraid there's no time for games today, sweetie. Now let's go. Mary Ann? Can you come here? Sorry, Tessa, I'm in a bit of a hurry. Oh? What's your excuse this time? Emergency repairs for the Beaver Dam? Tessa, look. No, I don't want to hear it. I want to talk to you. Now. Or do I need to start calling in your debts? Oh oh. Huh. I'd completely forgotten about that. I remember it. But not exactly like that. Here, let's see if we can call up my version. Okay? Okay. Seine Version. Mom? Can we go outside while you and Tessa play cards? No. There's no time for games today. Mary Ann? Can we talk? No. We can't. Just leave the groceries, kids. Let's go. Don't. Please, let's just talk for a few minutes. Okay? Okay. We remember that slightly differently. I guess that makes sense. Rashomon, you know? But whatever happened, after that they walked to the counter and then Mary Ann lashed out at Tessa, right? Uh, no. Mary Ann defended us because Tessa got all preachy. Which is it going to be? Please, let's just talk for a few minutes. Okay? You hearing this? Mary Ann was looking for a fight. Okay, welcher Erinnerung möchte ich nachgehen? Ähm, wie kann ich denn die andere auswählen? Wer da hinten ist? What is it going to be? Da, Talys Erinnerung, man. Mary Ann war wütend. Achso, die andere steht davor an Alistons Erinnerung, man. I want to talk to you now. Tessa war wütend. Or do I need to start calling in your debts? No, Tessa was. She went on Jack Thompson on her. Das hört sich an nach so einer Entscheidung, die später ziemliche Konsequenzen haben wird. Verdammt. Aber ich traue es ehrlich gesagt zu, dass Mary Ann dann lieben würde. Ich, ich nehme Teil des Erinnerung, okay? Keine Ahnung, ob sie stimmt. Please, let's just talk for a few minutes. Okay? Please, Mary Ann, I'm just trying. Stay away from my children. They don't need your guidance. I'm just trying to help. I don't need help. Not from you, not from anyone else in this fucking town. I'm done with all of you. You're done with the food I give you? The fuel? Maybe you are, but the kids are my children, Tessa. Mine, not yours. Please, let's not do this here. Let's go into my office. Fine. Okay. You two, wait here. This abuse was coming to be our guest. What is wrong with you? I'm still skeptical, but okay. For now, let's say Mary Ann was being Mary Ann. But once they got into the office, they both went at it hard. What do you think they were arguing about? Me? Don't know. It was impossible to hear anything after she cranked up the music. But hey, now that we know, she was lying to our faces, let's ask her. I hope that it was the right decision. Because I thought it was the right decision. I thought it was more like the character they described from Mary Ann, as if she was lying to be there. Um ehrlich to be. I thought it was the right decision. 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 Vielen Dank.